Herzlich Willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World! Yay! Ich musste wieder so yayen, wie vorhin. Yay! So, mit der Lu. Und jetzt geht Lu mal nicht so euphorisch an die ganze Sache dran hier. Denn die hat gerade alles zerstört. Ich drück nix. Ich lösche die Datei wieder. Ja, es ist nix passiert. Ja. Hat niemand gesehen. Wir spielen klassisch. Ja. Weil wir gut sind. Und jetzt drück ich zuerst. Okay. Und jetzt kannst du die Steuerung irgendwie noch umstellen. Lass doch mal auf ruhig stehen. Du brauchst nix hastig stehen. Ich brauch das hastig. Und dann musst du gucken. Spring ist da auf B bei B? Das ist besser. Weil sonst ist spring auf A. Je nachdem wie du besser klarkommst. Ups. Hast du was falsch gemacht? Ja, ich... Also da kannst du mal gucken wie das so ist. Ähm. Ähm. Ich würd glaub ich bei Zunge ist dann auch auf Y. Ich würd die B nehmen. Das ist glaub ich leichter zum äh... Springen ist auf B. Zunge. Ich find B glaub ich von der Gewöhnung her besser. Aber da ist Fadenkreuz anhalten auch. Fadenkreuz anhalten ist wenn du wirfst. Ja. Dann kannst du x. Wenn du wirfst kannst du den so stoppen. Ja. Ich bin verwirrt. Ich mach das einfach alles so wie es war. Und ich nehm O B. Ich nehm B. Ja. Und wir schön verwirrt sind. Passt. Gut. Damit ich dir jemanden den anderen Knopf sage. Mhm. Jetzt gucken wir uns das Intro an. Hey. Nein. Wir kommen auf dem Woll-Atoll. Einer kleinen Insel inmitten des Bastelmeers. Kannst du die Stimme verpassen? Wir leben die Yoshis glücklich und in Frieden. Doch eines Tages... Nein. War da ein Knochen-Trocken-Yoshi? Ja. Also ja. Oh. Ich will den Knochen-Trocken-Yoshi. Ja. Kamek. Oh no. Da ist er. Da ist er. Hallo kleine Yoshis. Was? Du musst ihn böse lesen. Dann lest du ihn. Ähm. Dann lest man böse. Ja. Ich muss euch leider aufdröseln. Danke für euer Verständnis. Sagt man das im Häkeln so? Aufdröseln? Aufdröseln ist halt aufdröseln. So dauert das ja ewig. Kommt schon jetzt all auf einmal. Oh nein. Das ist so knuffig. Oh 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 oh. Geil du so. Das ist einfach nur so. Oh. Jetzt ist er geplatscht. Oh oh what? Das müsste eigentlich nicht machen. Ich mach mich mal wieder auf den Weg. Bis dann. Einer hat sich aber versteckt. Zwei! Ein gröner und ein roter. Oh mein Gott. So unauffällig. Halt stopp. Und der rote so. Hä. Ich hab die Scherereien mit euch, du schießt sowas von satt. Ich glaube ich weiß jetzt wie die ganzen Dinger in die A oder R. Es ist immer noch ein Herr. Es ist aber sehr nützlich. Doch bei seinem Abflug verliert Kamek etwas Wolle. Die Yoshis halten eine Lagebesprechung ab. Wie die anderen, wir müssen die Wolle zurückholen. Schnell stoppen wir uns diesen Halunken. Und so beginnt ein neues aufregendes Abenteuer für die Yoshis. Werden sie ihre Freunde retten können. Viel Glück ihr Yoshis. Okay. Ich bin der Grüne. Ich bin der Rote. Hallo. Ja und jetzt kommen wir hier auf das ist die Overworld Map. Ich kann nichts machen hier. Ne, hier kann man nichts machen. Hier kann man in diesen Museumspavillon. Und hier ist was mit Amiibo. Und ein paar Mies stehen hier auch rum. Die Laufgeräusche. Die Laufgeräusche. Und jetzt gehen wir mal in Welt 1. Okay, ich will Aua. So. Die Musik ist so chillig. Yeah. Okay, gehen wir mal in Welt 1. Oh, du hast A gedrückt. Ja. Zwei Spieler. Du musstest jetzt sogar A gedrückt und ich konnte nicht. Weil ich zuerst gedrückt habe. Ja. So. Das erste ein, zwei Level kenne ich schon von der Gamescom damals. Ich kenne noch gar nichts. Und ich habe auch das andere Yoshi nicht gespielt. Das heißt, ich komme wahrscheinlich überhaupt nicht klar. Das ist leichter hier. Okay. Gut. So. Ähm. Also jetzt, du machst die Zunge mit B glaube ich jetzt, ne? Ja. Ah, ah. Ha. Nein. 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 Oh, was? So. Ja, du kannst halt die Gegner essen und runterdrücken und kriegst Eier, ne? Ja, genau. Das ist der Yoshi Propeller. Ah. Und du hast auch so einen Hammer. Genau. Was? Und mit der rechten Schultertaste werbe ich auch. Das ist ganz cool. Wenn du Eier hast. Ich habe keine Eier. Schluck mich runter. Ähm. Wie geht das nochmal? Also. Und runterdrücken und jetzt werfen. Ähm. Äh. Wie kann das? Schultertaste. Zum Beispiel. Okay. Und das Kreuz kannst du halt auch stoppen. Jaja. Ja. Ähm. Und warte. Und hier. Oh nein. Das kannst du essen. Da war so ein Faden locker. Da war ein Faden locker? Ja. Dann kannst du essen. Ja. Und das ist eine Infobox. Drücke B. Ja. Ist ihn. Guck. Bei mir steht sogar Y drin. Das ist cool. Das ist ein Bösi. Ja. Ha. 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 Guck mal. Der ist so glücklich. Ha. Das Geräusch ist süß. Ha. 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 So, und wir haben ja auch den Wollyoshi Amiibo. Der würde jetzt einen zweiten grün machen, aber ich habe ja auch den normalen Yoshi Amiibo. Ja, das sagt er jetzt hier nochmal, das mit dem Wollyoshi. Kann ich mich nicht verkleiden in einen Doppelspieler? Mit dem Yoshi wahrscheinlich nicht. Doch, das geht. Weil da stand ja, dass du dann Doppel-Yoshi bekommst. Aha. Siehste, der Yoshi macht nur Doppel-Yoshi. Ach ja, stimmt, der Yoshi macht Doppel-Yoshi, ja. Jetzt bin ich link. Und ich... Willst du link sein? Das geht, glaube ich, gar nicht. Kann ich auch, ich glaube, das geht nicht. Kann ich wieder Yoshi werden? Das ist traurig. Will wieder Yoshi werden? Egal. Find ich jetzt link, Yoshi. Moment, noch nicht aufmachen. Es spielbar. Okay, dann esse ich das hier. Stempel! Ja, manche Münzen sind hier Stempel. Wir sind ein bisschen langsam gerade, weil Lu noch an die Steuerung guckt. Ja, ich raff die immer noch nicht so richtig. Habe ich jetzt was im Mund? Was habe ich... Oh. Oh, verdammt. Nein, werf sie ab, werf sie ab. Ähm, oh Gott. Jetzt guck mal, welche Tasse stoppen ist. Und dann musst du drauf springen. Haha. Und jetzt in die grüne Röhre rein. Links. Ja, oder rechts. Ist egal. Oh, das ist ein Bösi. Sammel. Warte mal. Welche Tasse ist stoppen? Oh. Das nicht. Na. Nein. Ah. Oh. Nee, das ist nicht stoppen. Äh, das vielleicht? Nee, das wirft auch. Ja, X wirft auch. Oh. Stempel. Was stoppe ich denn? Oh. See ya. Bitches. Was? Doink, doink. Oh, ich will den haben. So. Flatterflug. Ja. Ja. Oh. Ja, da war ein Wollknoll. Ich hab's gesammelt. Ich hab's gesammelt. Hm. Ah, Y stoppt. Y stoppt. Äh, ja. Y stoppt bei mir. Bei mir X. Ah, okay. Wenn du die Zunge benutzt, hältst du es wieder auf. Wollknoll werfen. Äh. Äh, nochmal, um zu werfen. Mit runter brichst du ab. Ah, mit runter auch. Okay. Ah, nein. Äh. Und bei hastig ist es halt schon eine schnelle Bewegung von dem Cursor. Hier ist ein Eierspender. Also ein Wollknollspender. Ich will, ich will, ich will, ich will. Da sind immer genug für alle da. Ich, ich, ich. Du hast genug links sammeln. Aber ich will mehr. Mehr geht nicht. So, und hier musst du die Wollknolle gegenwerfen, sonst kannst du da nicht drauf. Ah. Die musst du jetzt erst machen, die Plattform. Und da. Und je nachdem, welche Farbe das Wollknoll hat, kriegt auch das, kriegt auch die Plattform. Hihi. Oh. Was ist im Weg? Da ist was. Ja, dann mach auf. Ähm, fehlter Knopf. Genau. Und wenn du das jetzt runterschluckst, kriegst du ein großes Wollknoll. Und das prallt öfter von der Wand ab. Warum kriegen wir so viele Stempel? So, und hier, guck mal, hier. Ah, ja. Guck mal, hier. Ah. 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 Oh nein, es geht wieder zu. Aber da oben ist auch noch weiß. Oh. Oh. Ich werf. Ich werf. Oh, ich hab mal geworfen. Ich werf lieber. Ah. Scheiße. Hallo. Du kannst auch Minus drücken, dann kommst du in so einen Eiermodus und kommst zu mir. Blase. Ja. Oh. Hallo. Hallo. Oh, jetzt hab ich keine Eier mehr. Da unten ist so ein Eierspender. Ich will aber nicht zurück. Oh, okay. Guck mal, es schläft. Oh, oh. Oh, oh Gott. Du musst das machen. Oh. Ah, zack. Kann man da rein? Oh. Das kann man doch bestimmt drücken, oder? Nein, das kannst du nicht drücken. Komm, wenn du es da abbrückt. Ah, nah. Ah, ach so. Das muss ich hier nicht erschießen. Hier sammeln. Ach so, schon gut. Toll. Ah, gut, dass du das Glück gehabt hast, dass der abprallt. Ach, du hast einen Eierspender. Hey, ich will das noch. Hey. Oh, du hast Eier verloren dadurch. Das tut mir leid. Nein, das hast du meine. Kann man die klauen? Nein. Eier. Ah. Ach, die bleiben liegen. Ah. 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 Dreist, ey. Ich geh. Ich will mir noch Eier holen. Willst du jetzt echt voll machen? Ah. Bam. Bam. Okay. Jetzt ist gut. Okay, jetzt ist gut. Ja. Ah. Oh. Ha. Ich hab getroffen. Ah. Ah. Warte, noch nicht da drauf. Oh. Da drüben war doch... Oh Gott, sammeln bloß die Dinger ein. Oh Gott, wie viel... Oh, was ist das? So. Oh, geil. E, 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 e. So. So viele Stempel. Ja. Ah, guck mal, die sind dann so Fäden. Ja. Ja. Oh, man kann sich so drehen. Das war doch so knuffig. Warte. Wie geht das? Ah. Tada. Ich bin so fröhlich und glücklich. Oh. Geschenk. Geschenk. Ah. Kapsel, eine fehlt noch. Eine fehlt noch. Wir wissen übrigens noch nicht, ob wir 100% machen. Nee. Kommt drauf an, wie mies das Spiel zum Ende wird. Oh. Mach du jetzt. Oh. Der ist vorbei. Wir haben losgetroffen. Das sieht so schön wollig aus, alles. Oh. Oh nein. Oh. Gott. Kann man auch irgendwie durchfallen? Nee. Äh, nee. Ich glaube nicht. Oh. Oh. Sachen sammeln. Natürlich war da ein Stempel bei. Ja, natürlich. Oh, Herzen sammeln sie. Oh. Sammeln sie doch. Du hast ja bestimmt noch nicht alle Herzen voll. Herz. Deine Energie. Oh nein. Jetzt bin ich hier frei. Warte, warte. Okay. Das sammeln. Okay. Oh, wir sind Autos. Ja, das ist... So, wir haben alle... War das zwei Mal macht, oder was? Nee, wenn du rennst, irgendwann. Wann rennen wir denn? Wenn du länger noch rennst, halt, glaube ich. Ja, wenn du einmal so schnell in die Richtung drückst. Hm. Dann klappt's nicht. Renn. Renn doch. Erstmal kurz. Ich muss hier testen. Da, wenn du umdrehst und dann läufst. Jetzt dreh mal um und lauf weiter. Ah. Ja, da. Es dauert ein bisschen. Du brauchst Anlauf halt. Warte. Oh Gott. Did it. Ach, du hast... Okay, cool. Ja. Du hast eine Blume gekriegt. Ich hab eine Blume gekriegt. Siehst du? Nur nicht. Ha, Loser. Aber du hast nicht gezielt eine Blume gekriegt, oder? Du bist einfach nur durchgesprungen. Ja. Ja, gut. Wie soll man das denn zielen? Weiß nicht. Da, siehst du? Du hast nicht alle Herzen gehabt. Oh, ich wüsste doch nicht, dass ich da Herzen sammeln muss. Uns fehlt eine Sonne. Oh nein. Es fängt schon gut an. Oh shit. Und einen Stempel. Und einen Stempel. Nein. Nein. Na toll. Na toll. Bonus Spiel. Ähm. Was müssen wir tun? Abwerfen da oben, glaube ich. Ähm. Wie krieg ich die? Sammeln. Essen. 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 Ja, abwerfen. Ähm. Die Melone. Die Melone. No. Yeah. Nice. Oh. Ich hab alles weggeschmissen. Ach shit. Die sind so schlecht. Ich war zu verwirrt mit den Schwarz. Was? Ich bin so gut. Das war bestimmt die Melone. Das war die Melone. Was haben wir davon jetzt gekriegt? Ähm. Punkte. Keine Ahnung. Das wissen, dass du besser bist als ich? Dass ich ganz toll bin. Immer dieser Ladevorgang. Mhm. Wird schon lang. Du hast einen Trick an Stecker erhalten, mit dem du Level überspringen kannst. Er ist nur im Modus entspannt verwendbar. Toll. Okay. Danke. Interessant. Was passiert? Ah. Die Wollis. Da kriegen wir jetzt einen Yoshi. Ist das Rasta Yoshi? Der sieht mir schaust. Blumen Yoshi. Ja, okay. Das ist Smiley Blumen. Ja, das ist ein Bär auf dem Bettchen. Ja, du kannst jetzt den aussuchen, wenn du willst. Das ist knifft. Willst du den haben? Nein. Willst du weiter der Rote sein? Mhm. Okay. Komm, eins machen wir noch. Und dann rendere ich die Folge. Willst du dir dann heute noch hochladen? Ja. Ohne Trick an Stecker spielen. Auf die Uhr gucke. Ja. Was? Ja, ohne Trick an Stecker spielen natürlich. Ja, das kann man doch eh nicht. Ja, aber es gibt bestimmt noch andere. Okay. Das war wir. Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Ich finde die Miiverse-Beiträge lustig, dass die hier so... Dass die hier so kommen. Ja. Wald der Hüpfbäume. Hüpf, Hüpf. Kann ich mit dem Woll-Yoshi wieder der normale werden? Der bounzt. Achso, du... Nee, da musst du bestimmt in diesen Pavillon gehen. Hier ist ein Dings. Ja, ja. Wir müssen uns was holen zum Schmeißen. Okay, da ist was. Da ist was. Hohles. Ich hol's dir. Ich bounce hier. Jetzt schön bouncen. Ja, bouncest du. Ah. Herzen. Herzen. Nein. Nein. Wir müssen beide volle Herzen haben. Einmal rundherum, oh wei. Warte, warte. Hier kann man bestimmt was, ja. Ah. Oh, wir haben aber nichts. Doch, ich hab dich. Nein. Nein. Ich weigere mich. Fuck. Oh Gott. Man kann mich nicht schnell genug weigern. Ich kann mich nicht schnell genug weigern. Oh, guck mal, wie das hier rein... Ja, das ist alles sehr knuffig hier. Ah, da unten. Oh. Oh. Oh, Schickritt. 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 Oh, 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 oh. Es ist gut, dass man aufeinander springen kann. Das ist fucking Geräusche. Es wird später ein Cheating ausatmen, weil wir aufeinander springen können. Das ist eine Wölke. Da links ist auf jeden Fall noch was. Moment. Warte. Ich hab's geschafft. Das fängt schon an mit dem Cheating. Hallo, ich bin dabei. So. Das ist jetzt noch was. Warte, ich will noch mal... Nee, ne? Nein. Nee, nee. Komm zurück. Hey. Ich hab dich gerettet. Dafür hab ich dein Ei geklaut. Deine Wolle. Das ist meine Wolle. Das ist meine Wolle. Wow. Was ist passiert? Okay. Oh, der bautzt. Zack. Oh, Gott. Sammel die Kapuzel. Kapuzel. Die Kapuzel. Geräusche. Hilfe. Hilfe. Achso, wenn ich zu weit von dir weggehe, dann wirst du automatisch ein Ei. Okay. Kann ich da irgendwie raus? Ja, es ist... Oh. Ich will da hin. Dieses Hüpfen ist so schlimm. Ja, vor allem, wenn man dann so gegeneinander bautzt. Und dann jetzt... Wow, wow, was ist da? Nix. Doch. Oh. Mach, mach. Sammel. Haha. Sehr gut. Warte. Da oben. Ja, warte. Achso, das kannst du... Das kannst du bestimmt das Ding da. Ja, genau. Okay. Okay, was ist hier links noch? Gott, so viel. Blauch. Toll. Hä? Warte. Spring doch hier drauf. Ja, mach ich doch. Da kommt Geld raus. Und geschenkt. Okay, wir haben alles. Präpa. Ich bin so du geräuschst, so knoffig. Oh. Hey. Oh, es fliegt weg. Ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Nee, das... Warte. Komm mal unter mir. Ach, jetzt. Da kommt ein Geschenk raus, wenn ich das mache. Was machst du da? Tue ich das? Ja, die fliegen weg. Achso. Meins. Wer bist du jetzt? Pst. Sehr gemein finde ich das. Sehr gemein. Ihr Geschenk. Hey. Ja, Spender. Kriegt er sonst nie was ab hier. Oh, meins. Hey. Mein Spender hier. Knuffellgeräusche. Ausrass. Oh Gott. Treff den. Oh Gott. Hab ihn. Oh, was ist die Tür. Machst du den? Keine Ahnung. What the fuck? Jetzt können wir Eier schmeißen. Weil ich es kann. Wir müssen da noch nach links. Wir müssen da hoch. Erstmal nach da. Ja. Vergehen die Knobel-Yoshis. Hey. Hey. Wir cheaten voll. Nein. Komm her. Ich bin im Ei gefallen. Hui. Ich will alles haben. Hallo. Ich bin schon wieder im Ei. Oh nein. Ich bin schon wieder im Gesammelhoch. Tschüss. 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 Ich wusste es. Ich weiß nicht, ob die verschwinden irgendwann. Oh Gott. Das Kommentar ist noch. Warte, warte, warte. Oh, ich bin voll. Ja, schön. Ist da noch was? Kannst du mal da oben so ein Ei hinwerfen? Über uns. Okay, da ist nichts. Oh, das war ein Reißerschluss. Oh nein. Was passiert bei uns? Eine Regenschirmwelt. Drück die Bebe, um den Schirm zu öffnen und so zu gleiten. Okay. 20 Sekunden. Oh Gott, was? Okay, ich gleite. Äh. Das ist voll cool. Oh Gott. Ich bin zu hoch. Nein. Oh Gott. Sammel alles ein. Ich will ihn töten. Oh nein. Ich habe Zeit gesammelt. Gut. Sammel das, was ich nicht sammle. Ich versuch's. Oh Gott. Der Stress. Der Stress. Sammel alles ein. Nein. Nein. Komm, komm weiter. Sammel, game. Das auch. Okay. Oh mein Gott. Wo ist das denn? Da. Oh. Sammel, nerven die werden voll. Was ist das? Okay. Oh. 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 Oh nein, es fällt. Oh. Oh, warte. Guck jetzt mal da unten, ob in der Ecke, immer in die Ecken gehen. Oh nein. Weil jetzt können überall diese Wolken sein. Ich brauche sie. Oh Gott. Oh. Ich habe mich gerettet. Nein. Oh. Ich habe Herzen verloren. Ich bin weit. Ich habe Herzen verloren. Ich bin weit. Was ist das da? Weiß nicht. Es sieht lecker aus. Das Essen. Aha. Gute Tür. Ein bisschen Eier spinnen jetzt noch. Eier. Ich brauche auch Eier. Yeah. Voll Party. Gib mir Eier. Oh Gott. Warte, geh noch nicht rein. Jetzt geh rein. Nee. Dieser Reißverschluss. Diese Geräusche. Was geht hier ab? Was man sich so schieben kann, ne? Wo ist das alles so genau weg? Yeah. Aber da ist kommt Geld rausgefallen. Ach so. Ja. Oh. Das war gemein. Ja. So ein Mist kriegen wir da nicht die 100% in den Level. Also ich bin doch voll. Ich bin diese Haare. Ich würde gerne den Synchronsprecher dafür sehen. Wahrscheinlich ist das voll das Tier, das das eingesprochen hat. Voll das Tier. Ja, voll der muskelbepackte Typ so. Ach so. Ich dachte, es war jetzt weg zum Tier. Nein, nein. So. Warte, 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 warte. Hier. Guck mal. Oh. Diesig sagt doch immer, in die Ecken gehen. Ja, aber die Ecke war so aufgekriegt. Meine Herzen. Geh weg. Entschuldigung. Ich hab's vergessen. Ey, dann hast du mich gegessen. Du warst im Weg. Oben ist ein Ding. Oh Gott. Warte, 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 nicht weitergehen. Da ist was. So. Warte, geh nicht hoch. Komm ich da runter. Oh Gott. Yoshi Fluttersprung. Oder warte da. Ich bounce so viel. Ja, dann Fluttersprung. Du kannst ihn mehrmals in der Luft machen. Jetzt kannst du ihn nochmal machen. Nein. Oh Gott, du verlierst dein Herz. Ich sehe es schon kommen. Ich schaff das. Du kannst ihn mehrmals machen, wenn er aufhört. Ja, ja. Jetzt nochmal. Nein. Oh Gott. Du warst hier zu spät. Jetzt. Jetzt nochmal. Okay. Geht doch. Das ist jetzt auch unbedingt die mit rein wollte. Ja, wollte ich. Oh, ich hab verkackt. Oh, Hilfe. Es tut mir leid. Ich kann sie stoppen. Wo bist du? Hallo. Gibt es denn noch was? Warte, ich springe dagegen. Okay. Yay. Yay. Toll. Beide verkackt. Ja. Ja. Haben wir alle Wolle? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben nicht mehr alle Wolle. Wir haben die Wollknolle, haben wir. Haben wir? Oh. Fehlen nur die Herzen. Nur deine Herzen. Ja, die ich in Unfälle verloren habe. Das Mal habe ich alles richtig gemacht. Das macht mich traurig. Die Level gehen voll lang, ne? Wir spielen nur langsam. Glaube ich. Aber man will ja auch alles finden. Ja. Welchen Yoshi kriegen wir jetzt? Du hast einen neuen Trickanstecker erhalten. Okay. Danke. Weiß nicht. Ein grüner Yoshi anscheinend. Der ist halt geil auf dem Baum. Wald Yoshi wurde zusammen gehäkelt. Hey. Der Scheiger auf dem Baum ist knuffig, weil der nur so rumdörpt. Ja. Guck mal, also. Hallo. Ja, genau so. Kannst du ihn auch auswählen. Ja, dann hätten wir hier die erste Folge Yoshis Moody World. Ja, Blümchen. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. und die Cuteness ertragen könnt. Willst du der sein? Ich mag nur das Geräusch, was die machen. Okay, wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wieso gehst du in die Welt? Wollte ich nicht. Ich habe einen falschen Kopf zurück. Tschüss. 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 Tschüss.